Lange habt ihr drauf gewartet, Sehnsucht umwirbt euren Puppets. Jeden Morgen schaut nach Asten, in der Erwartung, Hanno, lädt mal wieder Backfield 1 hoch. Eure Geduld und euer Warten wird nun belohnt und damit hitzen kommt zu einer neuen Runde Battlefield 1 Apocalypse, dem neuen DLC, wo es z.B. ein neues Fleisch herbeigibt. Das hier ist eine Machete. Außerdem gibt es einen neuen Modus, nur Luftschlachten, es gibt neue Maps, das Ganze ist ein bisschen düster. Ich schaue mir das heute mal an mit dem Splatterman Krokettenkalle, der sich nicht nur ausschließlich von Kroketten ernährt und dem Stay. Also einer guten Truppe, Splatterman und Stay waren ja auch damals immer dabei. Schauen wir uns das heute alles an, was es so Neues gibt. Ansonsten könnt ihr auch gerne in der Beschreibung nachgucken, da gibt es einen Link, wo alle Updates drinstehen. Und heute Abend, ja heute, Mittwoch, gibt es um 18.00 Uhr einen Stream auf twitch.tv slash handyoffiblatt, wo wir ein bisschen Battlefield 1 spielen. Shut up vorbei. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Konrad Adenauer, der später deutsche Bundeskanzler, erfand während des Ersten Weltkriegs die Sojawurst als preiswerte Wurstalternative in Zeiten der... Was? Konrad Adenauer erfand die Sojawurst? Okay Junge, ich gehe in schweren Bomber, ja? Kommt einfach bei mir rein. Oh, die haben, die haben Abwehr, ich dreh ein bisschen ab. Ich dreh ein bisschen ab. Hauptsache Metsucht ist mit dabei, Alter. Okay, ich... Hint euch jetzt einer, ich bin hinter euch. Ihr müsst jetzt nach hinten, weil er ist unser Mate. Wir müssen uns jetzt auf den Random verlassen. Ja. Ruh und Frieden, also. Das war ein Luftschiff. Ja, wir müssen, das musste im Meer koordiniert sein. Ja. Okay, warte, ich gehe jetzt auf F3. Du musst jetzt... Okay, wie sie einfach in dem Flieger halt so rumklettern, ist halt so geil. Okay, alles klar. Kein... Kein... Kein Stress, kein Stress. Okay, wir bomben jetzt dieses Luftschiff weg. Gerne. Du musst, glaube ich, ganz weit drüber fliegen. Achtung, Luftschiff vorn! Was? Wo denn? Doch, es ist in den Wolken. Pass auf, es ist in den Wolken. Oh, das ist ja versneakt. Okay, schieß drauf. Ach, da unten, da unten, da unten, da unten. Fuck, das ist ja oben. Ne, 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 der macht nix. Der ist nur Deko, der ist nur Deko. Achtung! Ja, ich knall rein. Ich... Ich hab voll rein, ey! 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 Okay, war wohl. Ich richte dich mal aus. Vor uns ist auf jeden Fall jemand, der interessiert ist. Vor uns, ja? Ah, ich seh's. Ah ja, du kannst überall hingucken, ne? Ja, ja. Übergeil. Blablablablabla! Oh, das ist ab dem, ihr schlicht! Unter uns, unter uns, unter uns! Leil! Oh, leil, du hast ihn komplett direkt getroffen, oder? Ja, Alter! Oh Gott, das mit den Wolken ist ja geil. Das ist halt echt... Oh, leil, wir sind einfach alle draus. Ich kann nicht mehr schießen, deswegen. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir fliegen wieder rein. Lacham ihn! Du hast ihn, du hast ihn! Da fliegen sie raus, ihr Nacken, Alter! Ich muss kurz reparieren. Alter, die Sonne. Die Wolken ist halt echt... Das lit. Sieht richtig gut aus. Oh, hinter uns fliegt einer, der hat Raketen... Okay, ich treffe ihn. Was? Der kassiert? Nee, der will immer noch. Alles klar, ich dreh immer weiter. Ich dreh weiter, ich dreh weiter. Oh mein Gott! Er ist schwer getroffen! Er ist leider ein bisschen schneller, aber ich hitte ihn. Ich versuche ein bisschen den Boden. Ach, komm ran, Nacken! Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, easy. Das war's. Rechts von uns, rechts von uns. Groß. Sieht dicht an uns dran! Der Bomber. Ja, ja, ja. Vor uns jetzt. Ja, 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 ja. Oh mein Gott! Die sind... Oh, ich muss runterfliegen. Über uns, über uns, über uns. Ja, ja, ja. Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Oh, der kassiert so hart. Oh, ich muss ausweichen. Hab, 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 hab. Ausgeschaltet Fahrzeug. Aber da ist noch einer drin. Nice, 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 nice. Ist down. Der ist noch drin. Aber das ist... Ja, jetzt ist, jetzt vorbei, ist vorbei. Ciao. Und das war's. Riegt mal, Leute. Okay, ich zieh mich kurz um. Der rote Baron ist im Haus. So, Leute, ich hab mich umgezogen. Kameraden! Stumme Oberung! Boah, ich geh direkt in so'n Jeep hier, Junge. Ja, geil. Bin drin, Junge. So, jetzt, ich muss noch mal rein. T-Back, Junge. Zack, wie im Ersten Weltkrieg. Da haben die das auch gemacht. Kalle! Ja. Schuss! Kameraden! Angriff! Oh, Pferd, links. Ist nicht schlimm. Schüsse, links. Ist nicht schlimm. Hier in Deckung. Ich kann ihn nicht wiederbleiben. Vollidiot. Oh Gott. In dem Moment komme Reiter und macht mich weg. Oh, hier vorne! Hier vorne ist da hinten bei dir. Ja, direkt neben dir, Junge! Kalle, 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 Kalle. Zack, ich hab ihn. Haben wir, haben wir, haben wir. Ich geb ihm die Spritze, Kalle. Zack. So, mir nach. Kalle, du rufst du wieder raus! Vollidiot! Sind die neue Recruit! Da vorne ist... Links! Links von euch! Hey, stech dir jetzt mal. Zack. Ich guck, ich guck, ich guck. Links, Dave. Weiter links. Ich hab, ich hab, ich hab... Nee, der ist sauber, der ist sauber. Der ist sauber. Hier an die Mauer. An die Mauer. Alle an die Mauer sitzen. In einer Reihe! So, Kameraden, wir sind... Speziell... 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 Hinter feindlichen Linien, Mann. Das ist ne Kassette. Kameraden, Kassette, medizinische Kassette. Hier, zack. Granaten, raus! Kassette! Ich dachte, das ist ne neue Revolver-Album. Nee, Kassette, medizinische Kassette. Alter! MP3, MP4, Granate! Granate, MP4! Alter, weh! Wir müssen hier weg, wir haben's erobert. Okay, wir halten uns, oder? Und die Franzosen halten. Okay, weiter rennen. Jetzt kommt Nachricht oben. Stehen nicht zu weit vorpushen. Da ist nur ein Sniper, der kommt da hin. Hab ihn einmal. Da ist noch einer, ein zweiter. Wir müssen nah ran, wir müssen nah ran. Von uns. Die verkämpften sich da. Wir gehen unter der Brücke am besten. Ich hab auf den Baum geschossen. Ja, und dann rechts flinken. Haben wir Granaten? Flink die rechts jetzt hoch. Jetzt hoch. Ja, da ist er. Richtig schon wegflinken. Ich renne da rein! Zack, schön den Rücken. Alter, Splatterman. Ich geh jetzt rein, ich geh jetzt rein. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Hab einen abgeholt. Also ne. Hab einen. Hab zwei. Nice. Nice. Noch einer. Rechts. Nice, 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 Leute. Ich liege, ich liege, ich liege. Spritze, ich hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Ja, ich hab... Lass uns erstmal einnehmen. B einnehmen. Ah, da kommt jemand von dir. Hab noch einen. Hier ist ein Wagen, Kalle. Wir gehen in den Wagen. Ich fahr jetzt zu euch, Leute. Wir kommen. Wir sehen uns. Ah! Uh! Oh mein Gott. Splatterman! Ich bin doch da! Stay! Stay! Hinter uns! Hinten sind sie! Alter, soll ich hupen? Stay! Hab ihn! Aua! Mach die Kille auf! Ich bin drauf drin. Ich fahr jetzt hier hoch, dann sind rechte Seite Gegner. Ja, ich gucke. Okay, ich fahr... Jo, auf den Spot, auf den Spot. Fahr einfach rauf, fahr einfach rauf. Ja, ich fahr einfach rauf. Oh, ich muss nachladen. Ja, schönes Ding. Oh, die... Die Hupe, Alter. Ich schau, dass die einer Bofrost kommt. Ich fahr... Ich schreib wieder ein. Bofrost! Ach, scheiße. Oh, Mann. Was ist denn jetzt? Ich hab... Easy. Drehen Sie, wenn möglich, um. Bitte wenden. Jo, ich bin stuck. Ja, lass raus. Egal. Alter, der messert mich. Arschloch, komm da runter von meinem Wagen. C, C. Ich... Das ist hier noch nicht vorbei. Das ist jetzt schwierig. Rechts, 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 rechts. Ist noch hier. Alter, Max, ey. Was ist denn los? Hier hockt doch einer im Gewehr. Ja, ich glaub auch hier ist noch jemand. Hä? Oh. Ah! Ah! Ich hab ihn. Ich hab ihn weg. Ja, schönes Ding. Ah, Granate! Leute. Hast du dich selber weggegangen? Ja. Alter. Oh, Leute, wir verlieren das, ne? Es könnte noch... Ah, es wird halt superknapp jetzt. Nee. Ah, nee, die brauchen nur noch 10. Scheiße. Der Münchengraben. Wir müssen ihn erobern. Vorrücken. Okay, rein in den Graben. Achtung, Grasmaske. Da ist er. Rechts, 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 rechts. Ich will den Abdown stechen. Jetzt pack ich dich. Bam! Oh mein Gott. Richtig, guck da. Den Jungen, Alter. Ey, ey, ey. Da war ich jetzt ein bisschen selbstüberwältigt von mir. Ja, wir haben aber jetzt hier eine Kontrolle gefunden. Hier im Graben hab ich einen. Der wurde weggeballert. Granate. Oh mein Gott, wir gehen zu B. Ja, wir müssen zu B zurück. Das ist richtig insane da. Da ist gerade einer in den Graben gebungen. Der ist direkt von meiner Schrottfunde gelandet. Hab noch einen. B ist markiert. Hab ihn. Zack, weg, er hakt du. Oh. Leute, ich hab einen Panzer. Spawnen alle in mich rein. Nee, das will ich nicht, Max. Das hört sich nicht so schön an. Den Maxi. Ich bin über die Mine gefahren. Vergesst, was ich gesagt hab. Joi. Guck mal, wir haben fast gewonnen. E ist halt frei. Stimmt, wir haben sie echt fast. Wir nehmen jetzt E weg und ihre Ehre. Hey, markieren Sie bitte E für Ehre. Ich muss erst mal reinjoinen. Ich wurde gerade getriegen. Ich hack euch weg noch. Ich hack da nochmal. Oh Gott. Hackeball, Junge. Leute, Motorrad. Splenderman hat ein Motorrad. Da sitzt aber schon ein. Alter. Da liegt ein MG. Rechts, rechts, rechts. Hammer. Nice. Junge, ich hab die meisten Punkte gemacht. Guck dir mal unsere Stats an. Kalle, du warst der Schwachste von uns. Junge, guck, ich bin der Heiler. 9,8. Ich bin einfach der Heiler. Ah ja, wir sind das Deutsche Reich. Auf in die Schlacht. Säbel ist gezückt. Ey, Leute, wartet mal. Stay ist unser Führer. Ja. Oh mein Gott. Hör auf, das sollst du sagen. Verzammt. Geht Richtung C. Jawohl. Ich zieh komplett rein, Junge. Ich hol den hoch. Ihr kriegt sie. Spritze, Junge. Medizinische Versorgung ist gesichert. Leg die Truhe hin. Ein Hamba. Ich muss C verteidigen. Dammit. Wo ist der? Der liegt hier irgendwo. Granade, Vorsicht. Ja. Da liegt er. Hey, what happened? It was at this moment that he knew. He fucked up. Bam! Gefunden. Ja, aber da sind einige. Ja. Hab einen. Nein, das ist wunderschön. Leute, ich geh mit dem Pferd rein. Hab noch einen. Das heißt hier auf der Boden, ne? Okay, nice. Wir haben sie weggemacht. Da vorne ist der Feind. Ja, weggemacht. Alter, wie wir hier durchmarschieren. Crazy, oder? B, 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 B. Aber A wäre näher dran gewesen. Ich helfe. Flammenwerfer bei B. Vorsichtig. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Alter, wie wir durchgehen jetzt. Ich bin jetzt heiß. Alle im Bunker, ne? Vorsicht im Bunker. Ich hab hier einen. Okay, Leute. Ich geh jetzt in den Nachkampf. Ich hab nur noch eine Piste. Hast du. Rechte Seite. Max, rechte Seite. Hab ihn. Gut. Komm zu euch. Oh, Klaus. Nice. Sieg, Alter. Komplett easy. Fucking shit, Team. So, easy. So, das war's. Geil. So, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020